Arbeiten an der Stabilisationsmuskulatur, ganz körperlich, in dem Fall vor allem an Pektoralis, weil wir in eine Push-up Variante kommen. Du kommst bitte mit den Händen schulterbreit auf das Polster, bringst den Körper in eine Planke über die gesamte Körperlänge, schiebst Kopf und Ferse weit, weit auseinander, hebst mit der Einatmung das rechte Bein ungefähr Hüftgelenks hoch ab, mit der Ausatmung beuge die Ellbogen, führ sie eng am Körper vorbei, lass das Brustbein zur Matte, sinke mit der Einatmung, komm zurück, tausch die Füße aus, nimm die andere Seite, du darfst die Atmung variieren, jetzt darfst du mit der Einatmung dich nach unten sinken lassen, dann hast du beim Hochdrücken einfach mehr Power, um dich wieder in die Länge zu bringen. Komm tief und löse auf.